Ah, ich liebe es. Und ich liebe auch die Katze jetzt. Geil. Unser Kätzchen. Jetzt gehen wir hier runter. Ich hole... Ich fahre kreisfähigert, hab da eine Truppe erfahren. Probieren wir mal bei denen hier. Entweder schicken wir die gleich mit ins Jenseits. Das ist das. Ah, da machen wir gleich alles drauf. Jetzt ist einmal Magie-Time. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Und dann... Okay, einer ist schon mal down. Ah. Blöd gelaufen. Naja. Machen wir so. Machen wir eh nix. Machen wir... Komm, wollen wir normal nicht. Machen wir noch Wurm. Machen wir normal nicht. Das sollte reichen dafür. Ja. Da wollen wir mit. Auskommen vollkommen. Super. Nicht verzagen. Bis zum Kämpfer abwarten. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Zu finden. Ein Schild. Kann ich sehen. Ah, okay. Da werden wir bestimmt mit lang gehen müssen. Wow. Machen wir mal. Kleine schöne, bütende Begrüßung. Probieren wir mal hier den Schädelreiter und Pfeilwichter. Mal den Sehensatz schicken. Ah, geil. Kann man auch gleich mit den Sehensatz schicken. Mit zwei Angriffen. Bin ich nie von abgeneigt. Mal den Sehensatz. Und zur Not. Direkt hinterher. Acht Schaden. Flüchtet. Vier. Oh. Hat er Brocken. Das war ein Crit. 29. Okay, das geht. Dann mache ich halt einen guten Schlag mit 54. Wow, wow. Ah, ein Dorf für zwischendurch. Kontakt, die Erschöften. Ah, ne, ich habe ich ihn dort besucht. Okay. Ich denke, ich habe es halt. Das heißt, wir gehen jetzt entweder da rein... Kaufen, nicht kaufen. Und es ist nix hier, ein Erdenbogen, so weißt du was, schwächer natürlich, ich kaufe den hier, da vielleicht direkt, ja, nein, ich werde irgendwas verkaufen hier, was gibt ich denn, 500 Euro. Kann ich eigentlich verkaufen, ja komm. 500 für die Münze, ja. 200, äh, das bräuchte ich noch alles. Kommen wir jetzt hier noch ins Zelt. Ah, kann ich mich auch gleich wieder rufen. Hab ja das Kätzchen. Hallo, ah da, 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 wo diechen. Ein Stück vom Dach, mh, okay. Jetzt ist die Frage, mh, die rede ich auch noch. Agonia, okay. Ähm, die Stadt sehe ich noch nicht. Ich glaube, ich gehe mal zum alten, blinden Mann erst. Ist so meine Auffindung, ich glaube, der... Ich bin, ich habe null Ahnung. Da ist gerade meine Zweifel daran, da hinzugehen oder nicht. Weil ich weiß, dass ich damals bis zur Kirche am Meer hingekommen bin und danach wusste ich nicht mehr weiter. Ach, ich Idiot. Also, ich spiele es nicht mehr komplett blind, ich weiß, viel ist am Hinterkopf. Aber, äh, keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen da mal hin. Ah, man kann es leicht überspringen. Mietz, 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 mietz. Wir gehen mal zum alten Mann. Eventuell ist da was. Ich habe null Ahnung. Ah, Reiter. Die gleich was aus dem Maul haben wollen. Hm. Machen wir gleich einen Knack. Und hier machen wir einen Schwupp. Da. Na, geil. Was ist der letzte noch? Flamieb. Na gut. Kleine Heilung drauf, dann ist alles gut. Alle in jedem Satz befördert, ich finde es geil. Jessica Reichtel 25. Jawoll. Abschirmung. Müsste ich mal gleich angucken. Hier machen wir jetzt erstmal alle drauf. Ah, Abschirmung. Was ist Abschirmung? Hintertür? Was ist hier bei? Abschirmung. In Richtung Barriere, die alle Abenteurer vor... Alle Abenteurer vor... Eis- und Feuerzauber schützen. Das ist natürlich bei Bossfights ganz gut. Äh, falsche Richtung. Ah, der dreht sich gleich mit. Ah, wo ist der alte Mann? Auf jeden Fall erstmal den wegklingt. Mich wundert auch immer, dass die... Berserker, okay. Dass die Leute eigentlich nix irgendwie an Monstern dabei haben oder wie die kämpfen allgemein auch. Oder ob die kämpfen. Äh, das kann ich natürlich nicht sagen. Weil die müssen ja irgendwie... Ja, ich wollte eigentlich schwupp machen. Naja. Ne Stärkung ist nicht schlecht. Oh, die hauen Schaden rein. Und tschüss. Einer down. Ich würde sagen, nur mal Angriffe. Vollkommen okay. Ja. Vollkommen ausrechnend. Bei 1, 2, 3 muss ich überlegen, was ich genau in Mana-Punkten versetze. Um nicht so viel verbrauchen zu müssen. Okay, das ist ein Schild. Äh, äh. Habe ich hier Zutritt verboten? Ach, gibt hier Zutritt verboten? Ja. 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 Ja.